Hallo AFOBS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und heute ist Tag 2 unserer Osteraktion. Das Set haben wir gestern bereits um über 30% reduziert, heute ist ein zweites dran. Und ich würde sagen, in Sachen Teilemenge bleiben wir auf einem sehr hohen Niveau. Es wird sogar noch mehr. 5.588 Teile. Die Pizzeria. Ein wunderschönes Modular. Schaut euch das Video dazu an, wir verlinken es unten. Tolles Set. 219,95 Euro ist der reguläre Preis bei uns für dieses Schmuckstück. Ein autorisiertes Mock. Das sind ja immer die komplexesten und oft auch schönsten Sets. 149 Euro? Wirklich? Okay. Ja, 30%. 149 Euro für über 5.500 Teile Modular Building. Verdammt, ich habe das auch noch nicht. Wartet also mit dem Bestellen nicht zu lang. Ihr wisst ja, dieses Set und auch das Feuerwehr-Set sind bis nach den Osterfeiertagen bei uns reduziert. Solange sie vorrätig sind, wenn die Pizzeria weg ist, ist sie weg, kriegen wir sie auch bis nach Ostern nicht mehr wieder. Definitiv nicht. Falls ihr euch also für Modulas interessiert, das ist definitiv einen Kauf wert. Ja, und für heute war es das dann auch schon. Jetzt haben wir zwei Ostereier geöffnet. Morgen früh um neun kommt das dritte dran. Das reguläre Video heute folgt natürlich auch noch. Noppensteine kann man nie genug haben. Bald gibt es noch mehr, auch noch mehr Ostereier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.